Sieht gut aus, ne? Ja. Und pass auf nicht, dass da jemand drin rumchillt. Okay, das war nur ne Ratte. Das heißt, die sind alle da hinten, die Boys? Ja. Dann guck hier erstmal rein. Soll ich jetzt wirklich jedes Haus wieder mitnehmen? Ja, ich weiß nicht. Du musst halt sowieso Leute rausholen. Es kann sein, dass die da hinten sind, oder... Ich tippe mal auf, der ist wieder da hinten in dem Keller, weißt du? Ja, kann sein, aber... Weißt du noch, wo wir den einen nicht gefunden haben und zehn Jahre gesucht haben? Boah, das war so nervig. Ähm, ich würde sonst hier hochgehen und von da oben... Von da oben... Ja, dann mach doch mal. Weil dann sieht man halt die meisten Leute. Ich stimme ich dir wieder zu. Hm. Okay. Ja, hier ist der reguläre Weg, glaube ich. Ja. Sniper. Eh. Direct film. Ich hätte ihn zwar auch fragen können... Ist doch egal. ...wo die Geisel ist. Warum hat er mir jetzt gesagt Outpost Captured, also ob hier niemand mehr ist? Hast du Quiet hier nochmal als Information oder sonst was drin? Weil die markiert hier sonst auch noch Leute... Machst du das Aufklärer? Ja. Das Ding ist, der sagt mir halt echt nur Outpost Captured, wenn der Outpost gecaptured ist, ne? Und Quiet hat schon echt viele getötet. Also soll ich mal einfach reinlaufen? Ja, mach einfach. Sollte ja schon stimmen, aber nimm trotzdem mal lieber die Häuser noch mit. Was ich ja kurz machen kann, ich kann mal den Strom ausmachen und gucken, ob einer kommt. Ja. Ja. Ja, aber ob jemand ruft überhaupt. Aber du kannst trotzdem mal deinen Kreuz noch in die Häuser gehen. Ja. Das werde ich tun. Blob, alles doch. Okay. Gut, keiner meldet sich, dann sollte eigentlich alles soweit clear sein. Ja. Davon ist auszuleeren. So, hier ist schon mal nichts. Easy leer. Einmal neben dir rein. Hier ist ebenfalls nichts. Ist ja langweilig. Den Eimer rein ausreinen. Meine Augen sind gerade so broken. Ja, hast ja auch nicht mehr so lange. Ja, das stimmt. Und, naja, 25 Minuten. 25 Minuten ist easy. 25 Minuten ist easy. Und dass du auch nie läufst, ne? Ja. Keine Ahnung. Diamant. Diamantes. Und biologisches Material. Und wieder rausch. So. Besser? Ja. Bauplan. Easy. So. Und das war ne Missionsaufgabe. Sehr, sehr nice. So fresh. So. Dann hol mal die Leute rausch. Ja, also ich geh mal wieder hier unten rein. Auf dem Tisch war noch Diamant. Auf dem Tisch war noch ein Diamant. Auf dem Tisch war noch ein Diamant. Uh. Sieht groß aus. Ist aber nur ein kleiner. Ist aber nur ein kleiner. Das ist immer so. Das ist halt ehrlich so. Meistens die meisten... Wie willst du sonst Magic auch getropfen? Gleich. Der ist wieder hier dran, ne? Ja. Der ist wieder hier dran, ne? Ja, das wird gleich. Das wird schwierig. Machen wir gleich, wenn wir... Wenn wir auf dem Heli warten oder so. Ah, okay. Aber hier ist er, glaube ich... Ah, doch. Hier ist er dran. Ich hab ihn direkt gesehen. Hier war noch irgendwas mit durch'n Loch oder sowas. Und dadurch ausfliegen. Warte, das kannst du auch noch kurz mitnehmen. Ist in dem Haus irgendwo so'n Loch drin, dass du den dadurch ausfliegen kannst? Mhm. Ja. Ja, ich weiß wo, glaube ich. Das war hier... Egal, ich nehme erstmal hier noch die Flachenwut. Ja, die ganzen. War sogar noch mehr, an dem ich vorbeigelaufen bin gerade. Ja, hier in dem Raum war immer echt viel drin. Easy. Erstmal schön einsammeln. Nein. Den haben sie ja echt schnell erkannt. Hinter dem war noch was. So. So, hab ich alles noch. Du weißt jetzt wo du das Loch weißt. Ja, genau. Hier. Das heißt, ich leg ihn jetzt hier hin. Und kannst ihn auch auflegen. Richtig. Aber das ist halt so das einzige Loch in der Decke, was mir einfällt. Ohhhh. Mal gucken, ob es eine Missionsaufgabe gibt. Alter, wie der Schramschrein ist. Ja. Ja. Easy. Ja, nice. Okay, dann runter zu den Containern, ne? Ja, runter zu den Containern und dann wahrscheinlich noch raus. Oh, wie die Dinger. Warum trotzdem kommen? Weil die Dinger kann man ja immer gebrauchen. Und wenn du dich anstrengst, weißt du, dann schaffst du sogar direkt noch die andere Mission. Ja, das wär krass. Drei Hauptmissionen in einer Folge. Na gut, ging halt echt schnell, ne? Achso, ich lauf grad noch nicht nach Richtung Ausgang. Idiot. Jo, soll ich die Artilleriegun hier auch mitnehmen? Ja, komm. Ähm. Was ist los? Das war hier quiet eliminieren. Wie. Steht hier bei der nächsten. Oh nein. Das hast du gemacht und das hast du eigentlich auch relativ ziemlich gut gemacht, ne? Ja. Wie du denn aber auch nicht aus den Zoom raus gehst, ne? Wie so ein kranker Neuheit. Ja, ziel doch jetzt einfach. Ja. Fällig gut. Okay. Ganz leicht, du. Ja, 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 ja. Kannst aber jetzt schon mal den Heli rufen. Nachdem du dich nicht zu altkommenden anstellst, um da mal ein bisschen was rauszuholen, du. Puh, 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 puh. Und da war noch ein Wagen, den kannst du auch noch rausfliegen. Ja, ich finde das so geil, wenn du nicht zu altkommenden anstellst, um da mal ein bisschen was rauszuholen, du. Oh ja. Wo war der Wagen? Bist du blind? Hinter dir. Also geradeaus. Da? Ist das dein Wagen? War da eigentlich gerade ein Wagen? Also ich sehe hier keinen Wagen. Das ist ein Mörser und ein MG. Das nehme ich aber jetzt nicht mit. Okay, egal. Ja, dann ruf dir ein Heli. Der Heli kann, glaube ich, sogar direkt in der Mitte landen. Soweit ich weiß. Wahrscheinlich oben drin. Ja. Scheiße. Dann hau den da rein und vor dir ist noch ein Container. Ich frage mich erst mal das Ding. Das hat mich so hübsch angelächelt. Der Container lag nicht direkt neben dir. Ja, aber das Ding hat mich so hübsch angelächelt. Ich weiß, die Container funkeln nicht so toll. Ja, okay, das stimmt. Muss aber auch E drücken und naja, so oben rein. Ja, jetzt soll ich hier wieder einmal außen rum krütteln. Ja, ist so easy. Ja, er kann ja immer nicht. Diamant. Er kann ja nie direkt den Berg durchlaufen. So. Ich finde es halt auch so geil. Weißt du, der Diamant ist fast immer eine Faust. So groß wie eine Faust, du, gibt nur 10.000. Und Diamant, ich finde es, der so groß wie eine Faust ist, bist du Millionär. Witch, buddy. Ja, easy, dude. Okay, also nächste Aufgabe ist Quartel eliminieren, sagst du? Ja. Ja, super. Und extrem wahr. Es gibt keinen Fokus und... Naja, du bist gefickt. Vielleicht auch richtig, oder? Ähm. Du stirbst halt wie schnell dein Leben regeneriert sich nicht, oder wie war das? Ich glaube schon, ne? Ja. Du weißt, man soll sie ohne Schusswaffen ausschalten? Ja. Was zur Hölle? Soll man sie ihm betäuben, oder was? Aber das klappt doch gar nicht. Mit dem... Mit dem... Mit dem... Kickenwerperarm? Ne, weißt du, mit der Betäubungssniper vielleicht? Das ist ja aber auch ne Schusswaffe. Ja. Verstehe ich nicht. Quartel ohne Verwendung tödlicher Waffen ausschalten. Ich kann dir ne Slipping-Sniper mitnehmen, weißt du? Ja, aber ich glaube das klappt nicht. Nehm einfach... Nehm einfach ne normale und fix sie da an, weil... So rank S übrigens, ne? Ja. Easy. Und wir haben ja schon wieder den Kreisvolk. Das heißt, dann wächst unser Horn nochmal ein bisschen. Ja. Oh egal. Der Ingenieur, den wir gescheitert haben, hat extrem großartig gescheitert. Die Leute auf der R&D-Team sind glücklich, dass ihn abhören. Die Sache ist, seine Spezialität ist Mechanik, aber es ist etwas wie Bionics. Engineering, basiert auf Biologie. Er hat bereits ein Proposal, um Ihren Prästhetik-Arm zu modifieren. Wenn du interessiert bist, gehst du den Entwickler an. Oh nice, der kann unseren Arm wieder weiterentwickeln. Weil wir den ja auch so krass viel nutzen. LEGENDÄR! Okay, red noch lauter. Ne, gern der. Alter. Ja, was? Mit Komprimierung regelt so, dass ihr doch eh wieder runter habt. Ja, trotzdem, es war laut in meinem Ohr. Jaau. Heul nicht so viel, alter. Und überspringen. Ja, gut. Ja, die nächste. Nächste. 520.000 gibt die sogar. Oh, war der lecker. Mhm. Ja, was nehme ich denn jetzt mit am besten? Ja, bleibt doch einfach genauso. Ne, dann nehme ich die laute Sniper, die starke, weißt du? Ja, aber dann nehmen wir hier den Wagen raus. Weil den Baum hält echt nicht. Nice. Guck mal, ich kann sogar noch nicht mehr Slipping Snipers mitnehmen. Ich könnte höchstens wahrscheinlich eine Betäubungssniper mitnehmen. Äh, welches besser? Ich würde sagen, die mit effektiver Reichweite. Und der ist halt die automatische, die unteren, ne? Mhm. Ja, komm, nehmen wir die mit. Und, soll ich dir noch irgendwas anderes machen? Nein, bleib da so und nimm noch den Wagen raus. Komm. Ist unnötig. Ja, egal. Man kann's ja einfach probieren. Ich mein, dann... Mach doch jetzt weiter. Wagen auch raus. Nein. Da ist hier eh niemand anders, weißt du? So. Wunderbar. Mission starten. Das geht's. Das kann gerne am Tag sein. Ja, wie du sie bisher spottitst. Richtig, weil dann nervt mich die Nacht sonst noch. Ich würde sie auch am Anfang einmal spotten, weil dann weißt du immer, wo sie sitzt. Ja. Das wäre wahrscheinlich noch mit am schlausten. Du hast das letzte Mal eigentlich relativ gut gelöst. Ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht mehr wie. Einmal geguckt und dann halt direkt auf Heck gezogen. Episode 40. 80. Clocked in silence. Genau. Boss, are you okay? Ja, bin ich. Oben ist hier. Einmal aufstehen und VV. Ist halt echt scheiße, ne? Ja, gut. Was hätte ich da jetzt viel anders machen sollen? Okay, Jungs. Das könnte schwieriger werden als gedacht. Ja, du musst halt erstmal zur Seite crouchen und erstmal weg, glaube ich. Ja. So dass sie mich halt komplett aus dem Sichtfeld verliert, ne? Ja. Und direkt erstmal die Waffe wegziehen. Und direkt erstmal die Waffe wegziehen. Wo ist der Sniperpunkt? Ja. Du kannst mich da nicht mehr auf den Boden präsentieren. Wie soll ich sie... Ja, wissen wo sie ist, damit du weißt ob sie sich... Sie sitzt da oben auf dem Berg. Aber wenn du weißt wo sie sitzt und denn da hinguckst, dann kannst du auch wissen ob sie dich sieht oder nicht. Du brauchst du nicht ja so offensichtlich rum crouchen. Sorry, aber ich sehe keinen in 500 Meter Entfernung der auf dem Boden croucht. Ja, aber du bist auch scheiße. Das stimmt allerdings. Ja, ist der Unterschied. So, du hast jetzt ne Viertelstunde um das zu erlegen. Ja, richtig. Guck mal, ich muss hier einfach nur relativ dicht am Stein crouchen und dann müsste das ja eigentlich was werden. Ja. So, jetzt... Ja gut. Seht ihr mich hier? Probier's aus. Achso, ob ich sie sehen kann meinste? Ja. Sieht nicht so aus, weil die sitzt hier noch auf dem Berg dahinter. Also da so ungefähr. Denk ich mir. Meinst du, ich soll hier vorgehen oder soll ich unten rum? Mach erstmal hier vor. Ein kleines Stück. Nee, weil sie steht halt da. Ah, okay, da sitzt sie. Ja. V, V. Sehe ich das richtig, dass ihr mich grad nicht sieht, so? Ja. Ah, so schon. Mach erstmal... Auslage ändern. Genau. Alter. Also das ist schwer, aber... Also sobald sie mich einmal nur leicht spottet, muss ich halt direkt wieder die Position ändern. Ja, ja, aber ich würde halt einmal spotten, dass du sie halt hast, damit du weißt, wo du siehst, weil sonst ist es halt da mega verwirrend... Ja, richtig. ...wo was ist. Okay, dann spotte ich sie da in der gleichen Stunde ab. Noch mal? Ja. Ja, ist glaube ich ganz so. Ja. Vor allem, wir haben auf hier nach erst angefangen oder sowas. Ja, ja. Du hast noch... Du gehst noch einen Tick mehr als eine Viertelstunde jetzt. Okay, ja, da sitzt sie ja, ne? Ja. Jetzt hast du sie da schön. Äh, ein Glück. Weg weiter da rum. Oh, ja. So. Noch weiter rum. Weiter rum, weiter rum. Jetzt einmal wieder runter. Aber direkt wieder weg. So, jetzt nochmal Waffe wechseln. Okay. Und wo ist sie? Die ist halt immer noch da oben. Ja, ja. Dann guck da auch ruhig bitte hin. Ja, die Change stelle ich die Position, solange ich sie nicht anschließt. Aber deswegen, du weißt ja wann du siehst. Und jetzt kannst du zum Beispiel wenn du da oben einmal direkt auf schnell hinziehen. Jetzt hincrochen. Soll ich hincrochen? Ja. Und jetzt vorziehen. Kannst du verstärken. Nice. Ich kann irgendwie nicht verstärken. Mit V. Ja, dann war das die Sniper, wo du nicht machen kannst. Soll ich safe auf Body oder auf Head? Versuchen? Versuch einfach. Sie hat mehr Leben gefühlt als vorher, weil ich mein... Ja, ist ja auch auf Extrem, du Idiot. Ja, was weiß ich. Ich dachte, das beeinträchtigt vielleicht nur unser Leben. Okay, ich warte mal kurz. Ja, jetzt guck da nochmal hin. Der Sniper hat einfach geschehen. Zero Visibility. So, ich glaub das war unten, irgendwo jetzt. Mhm, oder da so, weißt du. Ja, da drüben. Ja, ich seh sie schon. Soll ich erstmal wieder so probieren? Ja. Ich glaub das ist am besten immer wenn man sie so... Sie wird mich direkt umbringen. Ja, aber lauf erstmal hoch. Vielleicht wieder hoch. Wieder nach oben? Ich weiß nicht. Zick zack. Jetzt von hier vielleicht, aber direkt mit der Sniper? Wo sitzt sie denn, ist die Frage. Ich glaub da irgendwo, oder? Äh, müsste sie. Genau hier hinterm Baum wahrscheinlich. Ich tippe tatsächlich auf genau hinterm Baum. Äh, durch den Baum kriegst du sie nicht. Soll ich mal ein bisschen vorgehen? Ja. Ja, da sitzt sie. Ähm. Sie hat sich aber schon wieder um... Hat sie? Aber ich seh sie gerade kein Stück. Ich dachte... Da. Ne. Das ist Donbro. Das war ein Stein. Geh mal weiter. Geh einfach weiter. Nein! Ja! Ja! Der Movement ist echt wie ein Krippe. Weil du guckst einfach die ganze Zeit zum Spiel auf dem Boden. Ja, aber das Ding ist, ich bin da voll am Baum hingeblieben. Ja, das stimmt halt auch. Das ist halt teilweise immer noch ziemlich nervig. Oh man. Wenn du jetzt einmal direkt probierst... Was? Direkt den Schuss zu drücken? Ja, ja. Aber man muss natürlich erstmal die Waffe wechseln. Nicht, dass du gleich mit der Pistole ziehst. Ja, da oben ist hier drauf. Ja. Vorzielen. Du, ich hab die Zielen-Taste gedrückt. Und an der Seite halt. Wenn du da vorne hängst, gehst halt hoch. Bam. Okay. Also warst du hier längst? Ja, ja. Ja, okay, jetzt kannst du vergessen. Ich weiß nicht, ob sie automatisch... ... oder ob sie eine Automatik hat. Frouchen. Frouchen. An der Seite, das schaffst du so nicht. Nee, ich will wissen, wie schnell sie hintereinander schießen kann. Weißt du? Schnell. Also relativ schnell. So, jetzt hab ich den Schuss rausgedrückt. Mach's an der Seite. Das ergibt so keinen Sinn. Also an der Seite oder an der drüben? An der hier. Die hier. Ja. V. Oder F. Was auch immer das war. Oder F. Was auch immer das war. Ey. Boah, das... Ungelogene, ne? Ich glaub, diese Mission wird uns noch ein bisschen in die Verzweiflung führen. Ja, ich weiß nicht. Ich fand die andere Sniper, wo du halt mega krass suchen kannst, auch mega gut. Weil da bist du halt immer direkt auf Fett. Die macht halt bedeuten weniger Schaden. Und mit so viel Leben kannst du es halt vergessen eigentlich. Ich geh dann direkt wieder runter, ne? Ja. Weil ich brauch's hier nicht zu spotten. Ich weiß ja, wo sie sitzt. Ja. Nein, kannst du ja. So. Kannst du in dem Bereich hinlaufen? Ich denk mal, so Crouch laufen kann ich schon. Hm, von unten hab ich hier gegeben, ne? Okay. Ja, also ich denk mal, was man auch rausprobieren könnte, ne? Jetzt leg dich erstmal hin und konzentrier dich, dass du sie triffst. Zählen. Zählen. Ja, genau. Warum? Vorhin hat sie mich da nicht gesehen. Warum sieht sie mich da jetzt? Weil du viel weiter vorne warst. Kannst du dich jetzt mal bitte vernünftig ansteigen und konzentrieren? Ja, ich probier's. Das kann man sich ja nicht angehen. Was ich sagen wollte, was man auch ausprobieren könnte. Was? Raketenwerfer. Ich schaff's doch nicht in der Zeit. Vor allem, die ist so schnell weg dann. Ich weiß nicht. Das sieht sie aber kaum. Sniper sieht sie halt nicht, weil... Sieht sie die Raketen kommen? Das ist halt die Frage. Wir wissen's nicht, oder? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Oder versuch mal von da direkt, also hier. Von hier? Da hat sie mich ja gerade eben schon durchgespottet. Das heißt, sie weiß, dass ich da bin. Oder von hier so rum. Irgendwie. Und sie hier so? Ja. Aber du musst erstmal wieder vernünftig Waffe wechseln und dann einmal direkt vorzielen. Aber vernünftig vorzielen. Warum vor? Und sie sieht nicht. Oh man. Das ist echt so eine Rotz-Mission, ne? Es geht. Die ist ziemlich geil. Ja, sie ist ultra geil. Auf jeden Fall, kannst du ja. Und bist wieder viel zu weit vorne. Ich war doch eben auch schon unter der Brücke, als ich sie erschossen habe. Ja, unter der Brücke. Und da hast du ja Incident Headshot bekommen. Ja, aber vorhin. Ich hab sie doch nicht vorhin erschossen. Langs weiter hier hinten. Doch. Bist du Ellie? Ja. So extrem nicht, aber viel weiter auf jeden Fall. Ja. Weiter. Jetzt. Sehr gut. Und jetzt vielleicht von da direkt, dass du halt jetzt schon mal direkt vorzielst. Hier drauf liegt sie ja eigentlich, ne? Ja. Oder da hinten. Ich weiß nicht ganz genau. Falls sie jetzt Position überhaupt gewechselt hat. Ah doch. Da hinten ist sie ja. Sehr gut. Jetzt müsste sie glaub ich unten im Wasser irgendwo sein. What the fuck? Ähm. Möchte sie mich jetzt direkt ficken oder was? Die geht hoch bei dir. Jetzt hab ich sie verloren. Die ist irgendwo. Da unten. Unten. Weiter unten. Noch weiter? Warum bist du nicht einfach... Ja, was, was sollte ich da anders machen? Ja, erst, erst einmal gucken, wo sie ist und nicht direkt in der Kamera die ganze Zeit... Na ja, ich muss ja mit der Kamera gucken, wo sie ist oder nicht? Ja, ja, aber... Egal. Mach nochmal so wie eben. Das war ja... Ja. I try. Aber Crouch, mach ruhig. Zehn Minuten hast du Zeit. On the way, ja. Ja, super. Und dieses Mal weißt du ja wieder direkt, wo sie dreimal hintereinander hingeht. Ja. Ich weiß nicht, ob es schlauer wär, ob sie jetzt einmal spotten, weil dann hast du halt einmal ihre Live-Anzeige. Ich hab die Live-Anzeige nützt mir halt auch nix, weißt du? Doch, da weißt du circa wie viel du noch hast. Und Waffe wechseln wieder. Meinst du, ich soll sie spotten? Ich fände es schlauer. Ok, dann versuch ich sie zu spotten. Kamera. V. V. Sehr gut. Jetzt runter. Nice gespottet. Ah. Ok, mal gucken, ob das was wird. Ich... I hope so. Ja. Jetzt von da unten, relativ weit hinten. Hier, genehm. Ja. Schön weit vorzielen. Dann weißt du, wo sie danach hingeht. Die nächsten beiden Orte. Jetzt hoch. Direkt hin zielen. Einmal hinhocken am besten. Ja, hier oben, da oben war sie. Ja. Also ich glaub so, so kann das wirklich ganz gut sein. Das Problem ist, ich change jetzt nochmal, sodass ich ein bisschen Deckung auf sie hab, ne? Also sie war direkt hier vorne unten. Unten, ok. Dann gehe ich mal. Ich würde da ruhig bleiben. Meinst du? Wenn du da gleich direkt hin zielst und dann dich nicht allzu inkompetent anstellst, dann passt das. Sie brauchen natürlich jetzt erstmal ihre gewisse Zeit. Ich will gucken, ob sie sehe. Nochmal. Das denkt man hört spätestens, wenn sie hier unten durchs Wasser läuft. Ja. Sie ist. Oder? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich sehe gerade ehrlich gesagt genau nichts. Lauf. Ich hab keinen Plan, wo sie ist. Ruhig, ruhig, ruhig. Mach langsam. Ok. Sie ist woanders denn? Warte. Bleib mal so. Guck ein bisschen weiter nach oben. Sitzt sie da? Da? Ja. Ja. Ok. Wir wissen, wo sie ist. Soll ich erstmal nochmal weg gehen und oben rum? Ah. Weil ich glaube, wenn ich jetzt pike, weiß sie, wo sie, weiß sie immer noch, wo ich bin. Ja. Laufen. Ja, von da ist relativ gut. Meinst du? Ich glaube schon. Aber ich glaube, ich crouch mich trotzdem erstmal wieder hin, ne? Ja. Und dass ich dann aus dem Crouchen schieße. Ich lade schon mal nach erstmal. Ein genug Schuss solltest du haben, auf jeden Fall. Ja, genau. Warum? Ungelog. Ich hab noch nicht mal aufstehen. Lauf da mal drüben an die Ecke. Darüber? Meinst du? Ja. Mal komplett. Laufen. Hinlegen. Wo ist sie? Du hast auch gar keinen Fokus, ne? Ne. Jetzt gerade. Momentan echt nicht. Hinlegen. Nicht so viel laufen. Nein. Ja. Das Ding ist. Hinlegen. Du läufst viel zu viel. Das ist. Ja. Aber. Wenn ich halt nicht im Scope bin, muss ich. Wenn musst du näher ran. An komplett anderen Ort. Ein Start weiter weg. Ja. Also von hier aus. Da setzt du dir. Markier sie bitte einmal kurz. Okay. Hälfte nach hat sie nur noch. Bin ich blind? Wenn du immer sonst wohin zählst, dann ist natürlich klar, dass du blind bist. Okay. Das geht nicht. Nein, nein. Bleib nochmal nach. Oh, ihre Anzeige bleibt drauf. Ja, das meinte ich halt, ja. Jetzt müsste sie da oben. An der Ecke sein. Jetzt ist sie weg. Ich verfolg sie. Okay. Bisschen weiter langs. Scheiße. Bisschen viel zu weit weg. Oben. Sie geht wieder nach oben. Oben. Sie geht wieder nach oben. Geh mal da in die Ecke. Muss sie aber laufen. Hinlegen. Aber von hier aus krieg ich sie noch nicht. Also sie weiß halt, wo ich bin, ne? Wenn ich pieke, hat sie mich. Wenn du jetzt einmal bis hierhin crouch und dann einmal darüber bis zum Baum läufst, aber auch läufst, hinstellen und laufen. Hinstellen und laufen. So. Meinst du so? Ja. Und von da vorne nochmal ganz langsam piekst. Aber erstmal gucken, wo sie ist. Am besten natürlich wieder erst einmal markieren. Mal einen Tick noch höher. Siehst du sie gerade? Ähm. Oder hast du gerade einen Pfeiler vor? Mal langsam. Vielleicht piekte. Ja, okay. Dann markier sie einmal. Aber ich habe gerade nicht gesehen, wo du meintest. Genau da. Ah. Alter, habe ich mich erschrocken gerade. Einfach nur verfolgen das durch. Aber das passt doch schon so. Das ist wieder weg. Da hinten müsste sie wieder auftauchen eigentlich. Ah. Da landet wieder oben. Oben. Du dumme Matte. Äh. Aber das heißt nur noch ein, zweimal treffen und dann müsste es eigentlich wieder gehen. Zweimal, ja. Ich schätze mal, die kommt wieder hier hinten ein. Das ist doch sehr gut. I don't know. Ja. Die geht jetzt wieder in den gleichen Spot, wo sie eben auch war. Das wäre relativ nice, oder? Ja. so noch einmal treffen wenn sie jetzt wieder oben auf den turm geht feiere ich das dann hast du es komm schon bitte 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 sieht aber glaube ich nach was anderem raus oder geh mal raus aus dem fokus siehst du sie gerade nicht da hinlegen mach ruhig soll ich wieder bis nach dahinten laufen ich weiß gerade gar nicht wo sie ist sie ist ja ich habe gesehen wenn jetzt einfach nur eine ecke weiter nach vorne gott reicht das vielleicht näher an den stein näher an den stein und dann erst sie wird mich hitten alter deswegen so langsam und nicht von wegen bescheuerte machen immer darauf fokussieren wo sie ist ne weil sonst los hier gleich mega direkt in das blickfeld in dem blickfeld so ist noch mal weggelaufen safe ja bleiben ruhig ja nice schafft dann einmal zu mitte ich muss zu ihr doch ich muss zu ihr sie ist gerade so davon geschwebt zur mitte glaube ich also war bei der letzten mal beim letzten mal zumindest und habe sie auch in der mitte gekillt und dann kam sie doch auch einmal in der mitte angeschwebt das war hier irgendwo oder bruder oder die war doch tot anscheinend noch nicht die schlampe weißt du die sitzt direkt vor meiner fresse andere seite kannst du nicht anvisieren andere seite also wenn ich einfach hier rum geht checkte das nicht noch mal nachladen vielleicht meinst du ich soll sie einfach mit dem anderen gewehr einfach sprain einfach mal kurz fokussieren ein bisschen nein pass auf die trifft dein head so also so noch nicht aber wenn du ein bisschen bewegt was mache ich so ich hintenrum crouchen einfach nach hinten weg auch nicht mal großartig crouchen ich habe jetzt keine lust die scheiße noch zu fahren genau so dann fokussiere jetzt mal bitte die ist gerade weg die ist gerade abgehauen boah alter ja aber warum ich ich hätte sie ja so nicht warum kannst du einfach eine normale waffe dann nehmen ungelogen in der zeit hätte er auch nicht die waffe gewechselt und schießen können ja okay dann würde ich sagen darfst du beim nächsten mal probieren ja easy mach ich das nächste mal ich hab da jetzt auch gerade keinen nennen zu machen würde ich sagen hau es der beiden bis zur nächsten folge und ciao wahrscheinlich ist die hier mal wieder einfach schön gepanzert der typ ist ja nice niceer boy hier kommt ein auto oder so ich höre auf jeden fall was nice ist das auto war anscheinend nicht so nice für die geradeaus läuft gerade noch einer den berg hoch nicht geradeaus das machte da drüben ja gerade direkt vor dir